Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich gerne mal demonstrieren, wie die Vespa Primavera 50 bei einer Steigung von 10% aus dem Stand hinaus beschleunigt. Ja, ich bin jetzt hier beim Rückenanfang. Hier geht es gleich sehr steil hoch. Wenn der jetzt hier frei ist, werde ich auch sofort voll beschleunigen. Ja, und los. Jetzt beschleunige ich gerade voll. Man sieht, ein guter Durchzug. 35, 40. Jetzt hier bei 40 merkt man, der kleine 3 PS Motor, der 3 Ventiler mit 49 Kubikzentimeter Hubraum tut sich doch schon ein bisschen schwer. Ja, aber es geht weiter. Ah, ich bin jetzt fast bei gute 45 und auch gleich oben angekommen. Ja, da bin ich oben. Ich muss sagen, für so einen kleinen Motor eine super Leistung. Ja, jetzt achtet mal auf den linken Außenspiegel, was mir da jetzt widerfahren ist. Ich blinke. Ich möchte hier links abbiegen. Und jetzt linker Außenspiegel. Und hier hätte es fast geklappt. Also, ich habe, ja, den heutigen Tag einen Schutzengel gehabt. Ein rücksichtsloser Autofahrer, der mich jetzt hier fast vom Roller geholt hätte. Ich muss sagen, toi, toi, toi. Das war wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Ja, schreibt mir bitte in den Kommentaren, was würdet ihr jetzt machen? Anzeige erstatten? Lohnt sich das? Es ist ja im Grunde genommen nichts passiert. Gut. Es ist, wie es ist. Zum Glück nichts passiert. Das ist immer die Hauptsache. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, unterstützt mich. Ich sage dir mal, bis zum nächsten Mal, wenn ihr möchtet. Bis dann. Tschüss.